Hallo und herzlich willkommen zurück. Heute gehen wir auf den Jahrmarkt. Auf den Jahrmarkt. Ich hoffe, dass hier nicht noch mehr von diesen Verbrannten sind. Heute wollen wir Spaß haben. Kann ich den jetzt werfen? Nee. Das war ja auch irgendwie sehr sinnlos, das einzusammeln. Ist das hier wieder Leiche, die wir suchen? Suchen? Untersuchen? Hier liegt auf jeden Fall... Da ist doch schon wieder jemand. Da ist jemand. Nein, geh weg. Beziehungsweise ohne Knarre her. Dann komm her. Oder er hat ja doch eine. Die schlitzen wir weg. Zack. Apropos schlitzen. Meine TP sehen aber wirklich sehr schlimm aus. Ich glaube, wir müssen uns erstmal wieder heilen. Heilen, heilen. Den nehmen wir auch noch mal. Ist hier jemand? Nein. Schnell auf. Auf Gegenstände. Was haben wir denn? Salami-Brötchen. Ja, komm. Dann nehmen wir das Salami-Brötchen. Und das Steak nehmen wir auch noch. Und was nehmen wir noch? Das nehmen wir auch noch. So. Dann haben wir zwar ein bisschen Red bekommen, aber dafür sind wir gut geheilt jetzt. Gibt es hier noch irgendwie was? Hier, lecker Eis. Eis aus der Vorkriegszeit. Schön durchgezogen. Hat ein ganz tolles Aroma jetzt. Ja, okay. Oh, wie viele Leichen hier liegen. Zurück weg hier? Wo? Hier, hier. Hier ist jemand. Ne, doch nicht. Eine silberne Taschenuhr. Taschenuhr. Die können wir mitnehmen. Spielzeugtruck. Was klingt denn hier so komisch? Jengels. Jingle, Jengel. Wir wollen Jengels finden. Den können wir bestimmt noch helfen. Hier, da ist auch schon wieder so einer. Suchen. Ne, nicht suchen. Können wir da irgendwas machen? Ne. Wie ist meine Zukunft? Deine Zukunft. Sieht rot aus. Red. Roadig. Hat mich ja gerade jemand mit einem Teddy beworfen. Genosse Moppel. Genosse Moppel. Dann nehmen wir den noch gleich mit. Ja. Ne, das ist was anderes. Ich wollte doch Jengels finden. Wo ist denn der? Vielleicht hier hinten versteckt. Bestimmt in so einem Dixi-Klo. Jetzt müssen wir die ganzen Klos untersuchen. Ne. Da ist jemand. Da, da, da. Der nervt hier. Komm her. Du kannst jetzt erst mal weggehen. Das war es schon. Gut. Nicht mal in Ruhe auf Klo gehen kann man hier, ey. So. Stimpack. Jawoll. Stimpack. Nehmen wir mit. Kann man Klopapier auch mitnehmen? Das konnten wir doch mal einsammeln. Ne, leider nicht. Hier noch irgendwas drin? Nö. Hier hinten irgendwas versteckt? Nö. Hm. Die Sitzung hat mir ein bisschen zu lange gedauert. Ist hier was drin? Nein. Baaah. Einfach ungekippt. Was ist das? Insta-Püree? Na gut. Und Waffer. Wasser ist auch immer gut. Nehmen wir alles mit. Oh, Moment. Da ist ja was drin. Buffer out. Jawohl. Buffer out. Und was ist das? Automat für... Oh. Medizinische Vorräte. Was gibt's denn hier? Wie haben wir denn? 1400. Ne. Moment. Das ist vom Automat andersrum. 131 haben wir. Können wir irgendwas dem verkaufen? Wahrscheinlich nicht. Dann schauen wir mal weiter. Wo ist Jengels? Jengels, bist du hier irgendwo? Melde dich doch. Ich bin doch gar nicht böse. Insta-Püree nehmen wir mit. So, was gibt's hier? Öffnen. Nunca-Cola. Ja. Und die Flaschen nehmen wir auch mit. Die können wir bestimmt später mal auffüllen. Also fände ich jedenfalls ziemlich cool. Oder unser abgekochtes Wasser da rein tun. Hier ist gar nichts mehr drin. Schade. Oh, rutschen. Komm, gehen wir rutschen. Gehen wir rutschen. Können wir da rüberspringen? Von hier aus dahin? Jawohl. Hier ist auch so ein Teddy. Brumbeer. Brumbeer will auch rutschen. Premium. Premium-Rutsche. Den lassen wir lieber in Ruhe. Oh. Haarklammersicherung Schießpulver. Das klingt doch sehr gut. Hui. Oh, hätte ich das gewusst, ich glaube, dann wäre ich hier nicht gerutscht. Tja. So, Eis. Was gibt's hier? Oh Gott. Oh Gott. Gruseliger, verbrannter, legendär. Zack. Hat er mich gerade voll erwischt? Aber jetzt ist er kaputt. So, was hat er denn für uns? Süßigkeiten-Tasche. Jawohl. Süßigkeit und Marschhütter. Warte, da ist noch einer. Nee, nee, nicht da drauf. Da, da ist er. Geh doch mal weg. Nicht mal in Ruhe umgucken kann man sich hier, ey. Voll fies. Und den Revolver kannst du mir auch noch geben. Ist hier irgendwas? Nee. Hier, Vorkriegsgeld. Wer damit? Eiskühler ist leider nichts mehr drin. Da ist auch nichts drin. Jetzt können wir uns hier noch umgucken. Da, was ist das? Kuchen! Messer. Pfeffermühle. Pfeffermühle. Dann können wir unsere Tees noch ein bisschen aromatisieren. Bier nehmen wir auch mit. Dann stoßen wir nachher an, wenn wir die Quest erledigt haben. Ah, voll die leuchtenden Augen. Habt ihr das gesehen? Bäh. Gruseliger Legendär. Aber Gott sei Dank nicht zu legendär, dass neue Leute hier auch eine Chance haben, die platt zu machen. Gut, dann schauen wir jetzt noch mal hier rein. Naja, was heißt hier rein? Gar nichts. Das ist für was? Für irgendeine Attraktion wahrscheinlich. Und zu starten. Wein. Da ist auch jemand versteinert. Am Grill. Abgekochtes Wasser. Perfekt. Registrierkasse. Gibt's nix. Billiarddreieck. Ja, ach, nehmen wir ruhig mal mit. Für irgendwas kann man das bestimmt gebrauchen. Hier ist leider nix. Kein Fleisch, kein gar nix. Die Leiche lassen wir in Ruhe. Ohne Melone. Und Mentets. Ja, Mentets. Wo ist denn jetzt eigentlich Jengels? Jengels, wo bist du? Und da ist schon wieder einer. Ah, er hat uns gesehen. Dann müssen wir da schnell filmen. Verbrannt da mit einer Krone drauf. Ist das auch ein legendärer? Nee. A-Klammer. Alles mit? Nee. Vielleicht haben wir ja irgendwas jetzt gefunden. Na? Was uns ein bisschen bessere Verteidigung gibt. Hier hinten vielleicht irgendwas. So ganz seltene Pilze. Oder vielleicht wieder so eine Ader. Eine Zinn-Ader. Oder Kupfer-Ader. Nee, leider auch nicht. Hier kann man leider auch nicht im Bereich. Schade, schade. Dann. Ja, war das schon, glaube ich, aufregend genug hier für den Besuch auf dem Rommelplatz. Jawohl. Raider-Rüstung. Die ist bestimmt besser. Dann rüste ich mich gleich aus. Und. Ach, genau. Und schaue dann weiter, was hier noch so auf dem Rommelplatz passiert. Red. Ah. Ich habe doch gar nichts gemacht. Invusionsbeutel her damit. Da kann ich bestimmt mein Zeckenblut rein tun. Boah, ist das wieder nicht schnell raus. Bäh. Der gibt Red. Wieso gibt der Red? Ich habe doch gar nichts getan. Ah, das können wir noch mitnehmen. Ach so, ja. Wenn wir ja sowieso hier jetzt schon. So, dann nehmen wir das auch noch mit. Wenn wir sowieso schon hier voll mit Red sind, dann können wir auch nochmal kurz zurück. So. Ich verstecke mich jetzt hier und hoffe, dass nichts passiert. Und dann schauen wir uns den Rest vom Rommelplatz das nächste Mal an. Bis dann. Tschüss. Tschüss.